So, ich mach jetzt noch meine Kisten hier auf. Ganz schnell. Dann mach ich den Adventskalender, dann muss ich Vera schon vom Bahnhof abholen. Naja, klar. Ich mach Skip Cases. Weil ich hab echt nicht viel Zeit. Vielleicht passiert's, vielleicht kriegst du so mein erstes CS20 Knife. 600 von denen aufgemacht, nur Müll. Vielleicht klappt's skippen. 100 von denen aufgemacht. Nee, oder? Boah. Nee. Nee. Dein Scheiß-Erst. Ey, das ist doch lächerlich. Das ist... Ab da, fuck, Alter. Ab dazu. Ey, das, das kann ich nicht fassen. Scorched. Hallo, YouTube. F***ing scorched, aber, aber scorched. Was ist denn das? Ja, das sieht halt fast aus wie das Original. Ja, eben, ich wollte sagen, das ist nicht so schlimm, weil es halt echt fast aussieht wie das Original. Ich finde, das sieht eigentlich ganz okay aus. Viel testet. Also, bei scorched ist es nicht so übel. Also, bei scorched ist es nicht so schlimm. Das ist die nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.